hallo und herzlich willkommen zu einer neuen runde besiege oder besiege keine ahnung so was muss ich hier machen ok mit dabei zum verfahren heißt das auch als gekappt oder muss mir 1 1 1 eine säge irgendwie haben wir verschieben war ich glaube ich mein alter was ist das die hau mich kaputt hier boah heftig warte mal das geht so nicht das geht so nicht ach nicht speichern nein die speichern laden in meinem feuerlöscher ich muss ja wirklich was richtig hartes bauen jetzt ich brauche sägen und euch noch ob sägen reichen eigentlich und Sooo Da machen wir auch links rechts Rechts links Ehh Da nehmen wir noch die großen Reifen Ah Da machen wir hier auch noch mal Links rechts Und rechts links Ähm jaa Dann bauen wir vorne das noch an Wir nehmen jetzt hier die Sägen Ah, das geht nicht, ok Ist ja nicht ganz so schlimm Geht auch nicht so viel an Reifen Ok Ist auch nicht so schlimm Ähh Da machen wir das Dann machen wir Ich würde schon sagen, dass wir eigentlich Sägen nehmen Was mach ich denn heute hier Was hab ich ihm gesoffen So Sägen Und Der Trommel Gut Dann verstärken wir nochmal alles hier Hier ist so eine große Lücke Das geht nicht Da muss man weiter nach links Sieht dann so ein bisschen unsymmetrisch aus Dann Genau Ja So Da machen wir schon Ganz einfach Flugzeug Flugzeug von D 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 setzen wir ihn mal auf den Boden Oh! 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 falsche Richtung tun die Seen gar nichts doch ein Rifen ist ab das sieht ja cool aus ich muss jetzt was anderes ausprobieren alles loschen alles loschen alles loschen und suchen alles loschen alles loschen alles loschen die großen Reifen und dann geht's mal hier runter jetzt machen wir einfach mal den da ran den da ran den da ran ok ok ich so wehen da ran hinten ganz viele gewichte noch an gewichte 3 rein gewichte müsste reichen der drückt sich nach unten Ok. So, ich brauche noch mehr Gewichte. Obwohl, ich kann die doch verschw... Erschweren. Schwerer machen. Weil... Dann müsste es doch eigentlich auch passen. Wenn ich da noch die ganze Verstärkung reinsetze, dann passt das doch hundertprozentig. So, jetzt... Könnte man noch mal unten. Hm. Wie kann man das noch ändern? Also, einmal noch alles verstärken. Upsa. So, die sind verstärkt. Der ist verstärkt. Und... Er ist verstärkt. Und... Er ist verstärkt. So. Gleich liegt das ja auch da dran. So. 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 Okay. Das ist ja schon mal gar nicht so ganz schlecht. Nur irgendwie... Ich möchte die Säge mir so schnell weg. Warum paschen die Säge so schnell weg? Das reicht. Ich möchte die Säge nicht in der Seite. Ich möchte die Säge nicht. Oh Naja okay ich habe es auf jeden fall geschafft Ich muss dann vielleicht noch mal meine Säge ein bisschen verfeinern Aber Groß und ganz Ist es ja ganz nice Was fehlt es denn hier noch? Ich muss an meiner Säge vorbeifahren So das war die Runde Schauen wir mal den nächsten Runde an Warten wir mal da machen Okay das ist doch so schön zu 90 Prozent Okay ich spreche jetzt mal die Säge hier ab Nenn ich auch Säge Säge Äh 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 So gespeichert Starten wir gleich mal so Oh Dinger gehen auch zum Dorf dazu Bumm 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 Vorführe nicht, dass ich da hoch muss überlauch dazu war der baum hat mich gewöhnt das geht auch noch so oder mal hier noch bisschen was das geht kaputt nein weil hier schon meine gerichte vorbezahlung und folgers das war alles jetzt muss ich hoch aber ja mit dem komme ich da bestimmt nicht hoch kann ich ja was vorgefertigtes nehmen das ist nur eine wand die wird nicht helfen das hilft schon mal nicht die säge der panzer kann nur einmal schießen der natürlich auch mit den greifer meinen neuen greifer kann ich mit dem greifer denn auch so was auf die kaputt ich stehe mit drei reihen gerichte so wie ihr seht da ist ein hüchchen Chicken. Chicken Nuggets. Oh, da sind noch zwei Vasen. Da ist noch eine Vase. Und... Oh ja, boof. Oh, da ist noch eine Schein. Komm runter. Nein, das passt nicht. Mist. Passt das mit einer Kuh? Oh, da ist noch eine Kuh. Oh, da ist noch eine Kuh. Oh, da ist noch eine Kuh. Ich habe noch eine Kuh. Ich habe noch ein paar Kuh. Ich habe noch eine Kuh. Oh, da ist noch eine Kuh. Ich habe noch eine Kuh. also schau ob ich das so kaputt klinge hier von der leute vielleicht oh 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 ach ne doch ja ich hab's geschafft ja so ich kann mal sagen das war's für heute ich hoffe ihr hattet spaß mit meinen neuen konstruktionen die ich jetzt gerade gebaut habe und die begreife das ist schon ein bisschen älter der war nur einmal kaputt gegangen ich habe mir jetzt nur noch mal etwas erneuert sieht jetzt ein bisschen anders aus so ein bisschen breiter geworden hätten dickeren Arsch gekriegt naja so dann wünsche ich euch schon mal viel spaß fürs nächste mal bis nächstes mal viel spaß und bis zum nächsten mal tschü tschü